Russland hat erklärt, dass es die Kontrolle über das Dorf Schumi im Osten der Ukraine übernommen hat. Das russische Verteidigungsministerium eroberte die Siedlung heute, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Schumi ist ein kleines Dorf, das 57,4 Kilometer nordwestlich von Donetsk liegt. Diese Ankündigung kommt nur 24 Stunden, nachdem das Ministerium erklärte, dass es die Kontrolle über das Dorf Rostolivka, etwa 50 Kilometer nördlich von Schumi, übernommen habe. Doch das ukrainische Militär erklärte, dass in den Gebieten rund um Rostolivka heftige Kämpfe tobten. Russische Truppen, die entlang der 1.000 Kilometer langen Frontlinie vorrücken, haben mehrere Dörfer in den östlichen Regionen erobert, seit sie im Februar die strategisch wichtige Stadt Avdivka unter ihre Kontrolle gebracht haben.